Voll Laser, wie der abgeht heute hier bei Black Mesa. So, und weiter geht's jetzt hier. Hi! Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier nicht in diesen Laser rein. Still! Nein! Gut. So, okay, aber wir leben noch mit 37 HP. HP! Maxa! Und ja, und schon wieder hat man hier ausgebremst. Das macht doch Spaß! Und? Wie war dein Tag? War halt so. Heute? Die wird mal ganz anders. Naja, geht jedenfalls auch bald weiter mit dem Spiel. Lade Daten immer noch, aber ist ja egal, wir haben uns nämlich viel zu erzählen. Ähm... Ach, scheiße. Ja. Aber, jetzt... So, alles klar. Ja, jetzt haben... Okay. Okay, ne, nach oben können wir wahrscheinlich, oder? Ne, ich glaub wir sollen einfach durch die Tür, wo grün ist. Aber, hier ist noch ne Leiter, ja. Ich geh erstmal durch die Tür, wo grün ist. Na, das sieht doch gut aus. Naja, Energy kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und das wart auch schon, oder was? Na gut. Okay, also müssen wir dann doch die Leiter hoch. Und hepp! Okay, da können wir rüberspringen. Kann auch rumlofen. Okay. So, hier ist wieder ne Green Team... Äh, weißt du, die ganze Zeit nur rote Tacke? Wie immer alt grün, ey. Bis du ja nicht, wo du zuerst hinnehmen willst. Jetzt weiß man wieder ja nicht, wo man zuerst hinnehmen soll, genau. Komm runter, du... du blöde... Kiste, du Kiste! Na, jetzt. Ich glaub, das wart hier auch schon wieder. Ja. Ja, es scheint wohl immer nur so... Ressourcenräume zu sehen. Ressourcenräume... Oh! Da ist menschliches, äh... Sein! Danke! Was haben wir hier noch? Nicht! Na ja, nehmen wir mal hier lang, wa? Zu unserem Atze... Ähm... Lodge! So, First Aid brauchen wir nicht. Es geht tierisch zu, Doc! Wuhuu! Bin ich, Alter! Bin ich! Nicht, dass ich wieder auf die linke Maus haste komme, ey. Ne, ja, pass bloß auf. Das passiert wirklich nur bei Forscher, ne, ich hab das Gefühl. Ja, das stimmt, ja. Aber die, wie gesagt, hatten wir ja schon festgestellt, die sind hier eh so ein bisschen vom Pech verfolgt. Warum schäm schon mal die linke Maus haste aus? Ja. Na gut. Okay, dann gehen wir mal irgendwo lang, wa? Sag mal! Ich glaube ja, dass das Ende ist, dass, ähm... weil die Aliens ja nicht besiegen, sondern dass wir einfach nur mit George durchbrennen. Äh, Alter! Ja, das glaube ich auch, ey. Wäre doch geil. Das war ein riesen Klopper, ey. Happy End. Ja, haha, kurzer Prozess. Ja. So, Jude, jetzt haben wir, äh, mal die Sachen aus dem Weg geräumt, die uns gestört haben. Und ein weiterer Gang. Und eine weitere Tür. Oh! Oh! Das sieht sehr nukleartastisch aus. Okay. Was passiert, wenn ich da reinlaufe? Nichts. Ja, Mensch. Hat Spaß gemacht. Da haben sie sich aber auch grafisch echt was einfallen lassen. Das war ja spektakulär. Passiert hier vielleicht was? Oh! Ah! Kickern! Okay, das ist jetzt die Frage, was das bringt. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal nur so zum Testen. Okay, okay. Gehen wir halt weiter und dann kommt das wahrscheinlich irgendwie nochmal in anderer Form. Aber man sieht, dass man jetzt halt hier schon wirklich, ähm, Teleportation und so. Mal gucken. Komik, komik. Oh, hi. Okay, soviel dazu. Äh, ist mir die rechte Maus, dass da rausgerutscht. Äh. Ach man, schon wieder 20.000 Gänge. Ah, da ist man... Aber das ist wieder so ein Ressourcenraum wahrscheinlich. Warten wir mal. Ich nehme echt nicht mehr viel Munition. Na super, was ist denn hier los? Okay. Äh, das sieht da ein bisschen aus wie Portal. Ja, irgendwie schon, ja. Okay. 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 Tot. Gut, also da sind wir anscheinend nicht drin. Ach, das ist hier der Riesenreaktor und dann müssen wir wahrscheinlich der irgendwie hochjumpfen. Doch, vielleicht müssen wir da sogar rein, aber zum richtigen Zeitpunkt oder so. Ja, ja. Irgendwie so. Schwierig. Okay. Gucken wir mal, wo wir hier noch lang kommen. Und hier. Oh Mann, ne. Dann rühren wir einfach noch einen Aufzug, ne? Äh. Okay. Ah, hier gibt's schon mal irgendwas. So. Da unten gibt's vielleicht auch irgendwas. Ah, ja. Okay. Sieht nicht so aus, als wenn das hier richtig wäre, oder? So, wir können mal hier lang laufen. Schön. Jo. War nett. Hat Spaß gemacht. So, okay. Das war das. So, dann haben wir die Wege schon mal wenigstens ausgelotet. Naja, das muss ja auch irgendeine Funktion haben dann später. Ja. Naja, weil... Wie kommst du denn da... Achso, guck mal. Da kann man ja ruf und dann da rüber. Siehste? Naja, muss bei einem richtigen Moment. Siehste, kicke an, wie das geht. Okay, darüber war Quatsch. Ja. Aber wir sind jetzt hier irgendwo drauf. Dann können wir vielleicht da rein. Ja, genau. Da gibt's noch ein paar Portale. Ne, nein, genau. Jetzt hier ruf. So, das war doof. Das war doof. Aber wir haben ja Speicher. Ja. Genau. Jetzt haben wir den Fahrstuhl da echt außer Acht gelassen. Da waren... Das war bestimmt der Dressrausenraum. Meinst du? Ah. Okay. Und hopp. Jut, probieren wir mal mit Duck Jump. Ja, das sowieso. Hätte ich von einfach an gemacht. Ganz ehrlich. Also wirklich. Pedder. So. Na ja, nehmen wir mal den nächsten. Okay. Okay, jetzt bin ich irgendwo weiter oben, glaube ich, ja? Ah, genau. Und jetzt wird gestorben. Ah, da muss man sich dann irgendwie ducken. Das ist jetzt hier schon wieder so ein Jump'n'Run... Superspecial. Superspecial. Dann haben wir den Port. Jump'n'Run Superspecial. Ja. Okay. Okay. Pfff. D-ank'n' puee merken, weil wir haben jetzt so viel vorproduziert. Genau. Oh, siehste? Und dann… Darüber. Eeeh! Wie war das gerade, ob du das so sagen würdest, wenn im Real-Life jetzt irgendwo runterfällst? Ewww. Könnte sein. Das war sein letztes Wort. man kann doch diese schwer sein vielleicht soll man da noch gar nicht über auch doch doch ich werde das mal aufs länder springen und dann von ich schaffte tibos wieder der geländermann ein ressourcenraum so komplex aus eine millionenportale ja aber wir sind voll geladen verliert nicht an witzigkeit den job als hierüber wenn man nicht man denn also denn wenn man das schaffen genau ich habe ja hier schossen was soll denn das ja siehst man kommt da jetzt echt blöd drauf war so reichtigkeit ich bitte dich ok da kommen wir da sind wir angekommen genau sehr schön alter war wieder hier super ok jetzt muss ich mal überlegen und hat wartet jetzt vielleicht wirklich nur ressourcen technisch gehen wir jetzt zum aufsucht aufsucht auf ich glaube nicht dass sie jetzt hier so ein opfernd machen wegen der wegmesser hat uns schon oft überrascht stimmt ich speichern noch nicht hier noch so ein schild von wegen du hättest da nicht lang gehen müssen sieht aber wirklich schon wieder langsam so aus naja aber wir sind voll aufgeladen ok hier waren wir schon also anhand der leichen zu urteilen lässt sich zumindest vermuten ja ok das sieht ja schon wieder alt völlig überflüssig aus hier ja ja aber vielleicht sind die leichen auch nur so oder weil hier kann man aber drücken nö die so ausnehmen beiseite stuhl guck mal hier ein weiteres jump run abenteuer special jump run super special super spiel ok war hier wieder nur für ressourcen schade film ist dann gehen wir mal wieder dahin wo alle tot sind ja einfach mal kicken abgekalkt weil ich glaube nicht dass wir hier schon waren kann nämlich eigentlich nicht sein doch ich glaube hier waren wir schon oh hi nee ist was neu jetzt ja aber wir haben nee 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 los mal weiter das sieht mir jetzt gerade nicht so aus als wir hier schon waren nennste ich hab da ein schlechtes Gefühl dabei guck mal hier ist der portal raum naja aber hier waren wir doch noch nicht doch 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 ich glaube hier waren wir schon nein den haben wir vorhin vielleicht einfach übersehen nein ja doch doch ah ja ok man ach Mist gut also mal wieder eine super schöne stelle wo man keine Ahnung hat cool ja aber ich meine das stimmt schon halt ah ha tibor ach dare you ok wir warten mal bis der Fahrstuhl wieder oben ist damit wir damit wieder hochfahren können und besser oben in der Zeit nimmst du selber die Leiter ne mit der komm ich ja nur bis zum ersten OG ah ok 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 das ist schwierig die linke Maustaste ausgerutscht ne ich glaube das war Quatsch wenn man keine Wachwetter an drücken ne sag mal naja es geht hätte ich mal die Leiter genommen he ja und links ist jetzt ja wieder dieser ich glaube wir müssen hier schon weiter ja wahrscheinlich schon ok versuchen wir es nochmal ok nehmen wir mal jetzt haben wir die zwei genommen ah Kike das sind ja verschiedene Dinger jetzt nehmen wir mal die drei na siehste das sieht doch schon mal gut aus also ich habe noch nie Portal gespielt deswegen habe ich auch von teleportieren und der Logik dahinter null Ahnung guck mal weggeschossen einfach weggeschossen einfach weggeschossen Rinder naja ok 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 dann nehmen wir mal die eins dann nehmen wir jetzt hast die safe war ne ach jetzt bin ich glaube ich wieder oben warte mal oben ist ja gar nicht so schlimm jüd ne ist wirklich gar nicht so schlimm aber ich denke mal dass versuchen wir mal gleich die 5 zu nehmen ja aber ich denke mal schon dass das hier richtig ist mhm und tot schön Wetter heute eigentlich ja finde ich auch jüd Mann sag mal das sieht doch noch nie so schwer aus zum kacken zu blöd ey so warte 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 komm wir haben Zeit also die 6 nehmen wir jetzt nicht ne die hatten wir letztes Mal genau dann nehmen wir jetzt mal das hier die 4 ah ok jetzt sind wir wieder hier jetzt sind wir im richtigen Moment wahrscheinlich ja ok wo ist denn das Ding da die 6 wart jetzt ne ne die 4 haben wir jetzt genommen die 4? ja ja die 5 können wir auch nochmal nehmen oh ja gut also die 4 und die 5 die 6 hatten wir genommen ok das ist aber ein Rätsel was ganz lustig ist wenigstens ist das jetzt nicht so weit wie schalte da irgendwo Strom an auf jeden wo auch immer das ist so jetzt speichere ich mal hier ab genau also die 6 hatten wir schon ja ja aber vielleicht da müssen wir ja nur im richtigen Zeitpunkt oder dachte ich ne ne die 4 in der 6 waren wir schon da kommen wir nicht so ne die 4 ne ok und da müssen wir im richtigen Zeitpunkt genau ach so und die 5 die hatten wir halt noch gar nicht ok naja dann probieren wir mal die 5 oder? würde ich sagen weil bevor wir jetzt hier wieder tausend Jahre rum ja und dann bringt er wieder nichts nix nix und wieder nix Achtung ja das sieht gut aus sauer helft klare h hat er gesagt ja er ist jaja na klar Sie sind zu groß wie ein altes Freundeskreis. Wir sind ein altes Freundeskreis. Ich glaube wir müssen wirklich durch die 6 oder was das da war. Oder dass wir danach ganz oben kommen. Genau, wir müssen nach ganz oben, ja. Dann war das jetzt hier halt auch nur ein Gimmick, ja. Ja, Munition. Die haben wir zum Beispiel übersehen. Ja, das ist hier so Auffrischungskram, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Und das was George schon mal gesehen haben. George. Sei nicht so traurig. Er war so, geh, geh, lass mich zurück. Wirklich. Na gut. Attacke. Und hopp. So, wir müssen ja jetzt überhaupt drin. Eine 2, ne? Ach so. Aber wir können auch mal in eine 3 springen. Da waren wir schon. Echt? Ja, ja. Okay, dann springen wir eine 2. Oder eine 1. Ich hab jetzt voll den Überblick verloren, ne? Das geht auch. Springen wir eine 2. So, jetzt sind wir höher. Oh, ja. Alles klar. Jetzt sind wir wieder hier. Die 4 war nämlich das Ding. Gut, dann mach mal ein Save. Und Pause. Genau, weil der Part ist vorbei. Dann versuchen wir es jetzt offscreen, ähm, genau im richtigen Moment zu schaffen. Und sobald wir das geschafft haben, also auf dieser Plattform landen, holen wir euch wieder zurück. Bis dahin. Willkommen sparonton lanz. theon attempts at the end.